Hallo, ich will euch heute eine Möglichkeit zeigen, wie ihr euren negativen Gedanken auf die Spur kommen könnt. Man hat ja tausende Gedanken am Tag und ist sich vielen Gedanken nicht bewusst und es gibt eine Möglichkeit, dass man sich seiner negativen Gedanken viel bewusster werden kann. Und das ist ganz einfach. Man nehme ein Band, gibt es auf ein Handgelenk und jedes Mal, wenn man sich dabei erwischt, einen negativen Gedanken zu denken, sei es gegen sich selbst oder gegen andere oder gegen Dinge, nimmt man das Band und gibt es ans andere Handgelenk. Und das macht man einen ganzen Tag, am besten zwei oder drei Tage. Und du wirst überrascht sein, wie oft man negative Gedanken denkt. Ich war auch sehr überrascht, ich habe es selbst schon gemacht. Und nach einiger Zeit ist man sich dann wirklich bewusster und denkt, dann ist es einfach auch schon zu faul, dass man das immer wieder 50, 100 Mal am Tag das Band aufs andere Handgelenk gibt. Und meiner Meinung nach reduzieren sich die negativen Gedanken extrem. Das ist wirklich eine gute Möglichkeit. Probiert es mal aus. Also ich werde jetzt überrascht sein. Ich war wirklich sehr überrascht und ich mache es immer wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend mit positiven Gedanken. Vielen Dank.